moin moin und willkommen zurück zu einer kleinen mini beratung oder vielleicht eher eine große weil ihr habt es vielleicht gesehen deep rock galactic hat neue erweiterungen rausgebracht und ich habe euch damals ja schon deep rock galactic das grundspiel gezeigt und es ist ja auch so dass wir dieses spiel immer wieder auch empfehlen für gerade miniatur einsteiger weil ihr sehr große sehr ausdetaillierte figuren habt wo sich dann teilweise auch wirklich so was wie mit contrast und express colors malen lohnt also für wirklich einsteiger bis hin zu das kannst du ausdetaillieren bis zum get no das heißt für allen ist etwas dabei ich finde das spiel selber auch gut und macht sogar viel spaß als dungeon crawler verachter von daher guckt euch das gerne mal an und jetzt wollte ich euch nur mal kurz die erweiterung vorstellen wir können ja vielleicht hier mit den sachen anfangen das ist eine erweiterung das ist der garden das ist so ein teil wo halt diese drei verschiedenen teile spawnen deswegen haben die auch so einen kleinen anderen boden die sind vom artwork her ein bisschen schwer zu erkennen ich hatte mir auch das original artwork vom spiel mehr heruntergezogen ich habe mich jetzt dafür entschieden den drei verschiedenen farben leuchten zu lassen einfach dadurch weil die halt auf diesem teil wie gesagt sehr nah beieinander stehen und dass man ein bisschen besseren unterscheidungsfaktor dass man zu einem sagen kann hey das ist der pinke das ist der blau und das ist der grüne kristall deswegen relativ simpel gehalten was das angeht und ja relativ einfach gemacht ich kann das glaube ich ja an dem hier mal zeigen das heißt man hat so ein bisschen so ein dunkelgrünen anderton brusht ein bisschen hell grün drüber die habe ich jetzt geheulwurst kann man natürlich noch normales accrylwurst nehmen oder halt express colors und habe hier halt einen kleinen osl ton gesetzt das heißt weiß runter gemalt und dann halt mit einer fluo farbe ich nehme die fluo farben von golden colors habe ich auf dem kanal auch schon vorgestellt meine lieblingsfarben einfach ein bisschen drüber dass es halt ein bisschen leuchtig aussieht ja dann stehen die halt später hier auf ihrem kleinen teil und dann kann man die glaube ich ganz gut unterscheiden also die schon mal abgefertigt was es auch noch gab jede menge terrain weil es war ja eine biome expansion ich habe jetzt nicht alles mitgenommen nur mal so dass das nötigste was das angeht ich hatte ja noch so einen kleinen bobble habe ich auf dem weg verloren weil es gibt ja nur noch so ganz viel lava bobbles die wollte ich euch eigentlich zeigen aber gut auf der strecke geblieben letztendlich hier bei den kleinen vulkan da kann man ganz gut dran üben habe ich einfach einen schwarzen unterton genommen ein bisschen braun drüber gebrusht und hier halt einfach auch mit golden colors reingegangen das heißt wieder weiß grundiert und mit orange und gelb einfach ein bisschen farbe reingebracht und hier auch immer wenn ihr diesen glow erzeugen wollt auch nicht nur die reine fläche bemalen sondern oben drüber hat auch an den seiten so ein bisschen drüber glasen dass es auch ein bisschen erleuchtet aussieht genauso habe ich das wie gesagt bei diesen kugeltieren gemacht die ich jetzt irgendwie auf dem weg wie gesagt verloren haben dann haben wir hier noch so heiß zu werden und kristalle auch hier eigentlich relativ einfach ja blau unten drunter ein bisschen weiß gedry brusht bei terrain mache ich mir da auch immer nicht so welche gedanken tatsächlich was das angeht beim kristall habe ich hier geairbrush wenn ihr das nicht habt ich musste das mal ein bisschen mehr ins licht setzen hinten ich habe nämlich heute ein bisschen dunkler gemacht weil man sonst die weil das osl sonst so rüber strahlt ja und hat einen kleinen verlauf drüber gemalt das heißt wenn ihr halt keine airbrush habt oder nicht bock habt auf irgendwelche verläufe machen dann könnt ihr das theoretisch genauso wie das eis machen dass ihr halt irgendwie dunklen ton unten drunter macht und dann einschmal schnell drüber brusht ich glaube von denen sind auch nur zwei stück drin so was haben wir denn dann noch ein paar von den relativ normalen ja das ist halt einfach standard bemalung würde ich es jetzt einfach mal nennen das heißt hier ein paar braun töne drauf ein paar verschiedene techniken kann man layern da kann man bruschen wie auch immer und dann hat man auch die recht fix fertig würden sich zum beispiel auch für express farben anbieten aber die habe ich jetzt tatsächlich auch wirklich ein bisschen ausdetailliert aber halt auch nicht so wie ihr das seht ein paar details dran dann sind die auch wieder fertig dann haben wir hier noch die brocke bietet sich einfach an für fluo farben das ist hier einer der 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 spuckt hier so zeug raus das sieht man jetzt auf der kamera ein bisschen schlecht bei der kann kontraste schlecht darstellen aber der hat hier halt auch grünes fluo rein bekommen weil er so eine grüne säure spuckt ansonsten ist der relativ simpel gehaltenen blau grau hier in den fühlern oben so ein bisschen gelb weil solche so leuchten und dann halt den fluo effekt auch hier wichtig im boden und so immer mit einbeziehen oder die fläche drumherum damit das halt ein bisschen leuchtig wirkt das grün kommt heute übrigens extrem schlecht raus habe ich bei der pflanze schon gemerkt das ist in real ein bisschen poppiger der ist ein bisschen besonders der ist mit drin der ist auf dem artwork hier mit diesen mit dieser zeichnung drauf die hat er nicht an der miniatur also als der pure miniatur hat er wirklich nur so ein schild und das heißt das habe ich jetzt freehand drauf gemalt ich bin halt reingegangen erst mal mit einem ein bisschen dunkleren blau dass man es nicht so doll sieht wenn man sich vermalt und dann halt mit dem weiß oben drüber wo ich die linien haben möchte und dann habe ich halt wieder den glow effekt reingemacht könnt ihr euch theoretisch auch sparen das ist glaube ich der rammer heißt der könnt ihr auch einfach so basic anmalen wie so ein kleines käferchen aber ich fand es halt ganz nett weil ich mag es immer ganz gerne wenn man die karte sieht und den leuten relativ schnell erklären kann hey das ist der das ist der deswegen habe ich aber im garten auch gesagt ich mache halt verschiedene farben rein dass sie einfach sagen kannst der pink ist der blaue ja dann haben wir noch ein bisschen draw hardware das heißt wir haben einen bohrer wir haben drei von diesen bohrtüren türmen auch relativ einfach gehalten ich habe glaube ich mit einem dunklen metall ich mag ja das schwarze metal color von valecho sehr gerne und habe dann da ein bisschen heller drüber gesprüht ihr könntet dann zum beispiel drüber drei branchen das jetzt mit einem chrome oder so die highlights dran macht und dann einfach hier angegangen ein bisschen her licht und bin halt mit einem dunkleren gelb rüber gegangen so ein paar parts da habe ich mich halt als artwork gehalten dass man auch ein wiedererkennungswert hat wie gesagt ein bisschen freiheit habt ihr da auch dass er sagt okay ich mache vielleicht den part lieber gelb obwohl er auf dem artwork metallfarben ist oder so das wird hinterher keiner merken ich habe auch hier im original artwork sind nicht alle von diesen kabeln rot habe ich aber einfach gemacht weil ich dachte das sieht dann ganz ganz poppig aus und das wirkt dann auch alles zusammen und zum schluss nachdem ich ein allwash drüber gemacht habe schwarz braunes und das halt wieder runter gewischt habe bin ich halt hingegangen mit einem sponge weiß nicht ob man das sieht mit einer dunklen metallfarbe ich nehme zum beispiel rough iron immer für mit einem schwämmchen haben wir den zur hand top vorbereitet ich habe immer so welche abrisse teilweise von inserts und so und dann macht er die farbe rein hier sieht man das noch und dann tupft ihr die so dran und dann habt ihr halt an diesen kanten ich habe bei dem sieht man es ein bisschen besser habt ihr halt so diese verschleißerscheinungen hier diese punkte die aussehen wie abgeplatzte farbe das ist immer ganz gut um was dreckiges abgearbeitetes darzustellen mache ich ganz gerne und geht halt relativ fix und dann habt ihr halt relativ schnell einen effekt ja bei dem war es ja das gleiche ich glaube der hat überhaupt keine roten kabel aber ich mag das immer ganz gerne wenn sich so bestimmte design elemente vereinen das heißt man hat den wiedererkennungswert okay das ist definitiv was von den dorf und dann hat er halt auch ein roter kabel einfach bekommen und hier genau das gleiche ein bisschen stippling ein bisschen schön schmutzig ich habe hier noch ein paar kleine gelbe kanten akzente dazu gemacht oben drüber dass man dann später eine bessere lesbarkeit hat aber ja da kann ja auch ein bisschen abgearbeitet aussehen zum schluss haben wir noch die beiden big guys ich glaube das ist der dreadnought und das hat da steht immer drauf big boomer und dann vergesse ich mal den namen operator irgendwas mit operator ihr werdet ihn gekauft haben das ist übrigens eine einzelarbeitung deswegen machen wir erstmal mit dem weiter der ist in der einen box drin als big bad ist da relativ orange stark gestellt gibt es auch verschiedene varianten hatte ich dann im internet gegoogelt im computerspiel ich habe mich jetzt für die entschieden das heißt ich habe ihn unten drunter so ein bisschen ihr seht es eher lila gemacht und dann mit dem orange die highlights drauf zu setzen seine hauer durften natürlich schön mit ein paar ja wie so richtig hauer ausgemalt werden und ja dahinter natürlich wieder da muss leuchten das ist häufig bei den großen die pro galactic figuren so dass wir hinten so eine schwachstelle haben und die dann leuchten dürfen das heißt hier das gleiche prinzip wie bei den anderen nur halt in größer und hier ist es halt auch noch so dass ich hier darauf geachtet habe dass ich das noch mit einem wusch mit einem roten wusch einblende dass man noch so ein bisschen diesen schatten effekt hat und dass das nicht zu schnell überblendet das osl object source lightning effekt habe ich auch ganz viel auf dem kanal gehen wir jetzt nicht weiter zu einem könnt euch alles angucken wenn das euch ein bisschen mehr interessiert sonst könnte man das natürlich auch einfach weglassen wenn man sich nicht herantraut und das alles nur in diesen farben machen ich finde da wirkt eigentlich auch ganz gut ich finde mit seinen kleinen flüselaugen sieht er immer so ein bisschen aus wie ein muppet ja dann haben wir hier noch den big boomer der ja die eine erweiterung ist das heißt der wird euch im gesicht detonieren da gab es auch schon exploder im ersten teil und ja das ist im prinzip genau das gleiche wie wir hier schon hatten hier bin ich mir mit haut tönen rangegangen mit so braunen also hier ist es ein bisschen standard haut ton und hier ist es halt so ein bisschen mehr ins bräunlich orangene gezogen mit ein paar orangen highlights und ja genau die sachen halt wieder die leuchten sollen weiß grundiert und dann mit dem fluo rüber hier drauf geachtet hier natürlich da wo es am hellsten sein soll ein bisschen mehr ins gelb und hier so an der umrandung dann dunkler ins orange reingegangen wirkt dann alles immer so ein bisschen organischer und ja ich muss den hier auf jeden fall noch mal warnischen weil der ist nämlich hier glänzlich an der seite das mache ich doch gleich das war der großteil aller figuren ich weiß da sind noch so ein paar kleinigkeiten dabei so ein paar terrain elemente aber ich wollte das nicht alle mit reinnehmen ihr habt so ein bisschen den standard gesehen den ich so verwendet habe ist wieder ein projekt was super spaß macht also gefühlt ich musste mitten in der ich war mitten in der messevorbereitung da muss ich mal pause machen und dann hatte ich so ein motivationstief hatte ich glaube ich eine motivationsvideo zu gemacht aber das war einfach die miniatur war einfach perfekt um die motivation wieder herzustellen was das angeht ja von daher ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen wie gesagt guckt euch das spiel selbst auf jeden fall auch noch mal an und wenn ihr euch erst mal dass das base game holt es ist halt für mich finde ich immer es ist ein superschön zu malen einfach und es ist einfach auch ein gutes spiel was man auch im regal haben kann in dem sinne falls ihr noch fragen habt einfach rein in die kommentare und sonst sehen wir uns nächste woche bis dann tschüss sie 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 Vielen Dank.